Guten Abend miteinander. Bei GOP gibt es jetzt wieder tolle Bekleidungsangebote für die Jungmannschaft. Die originellen Textar-Pullover in verschiedenen Farben. Oder die wattierten Textar-Lömber mit Ricoh-Futter. Die Trainingsschuhe sind aus nylon verstärkt mit Velour-Läder. Und natürlich die unverwüstlichen Jeans mit 5 Taschen. Alles bei GOP zu tragbaren Preisen für jedes Familienbudget. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie man problemlos frittiert. Mit der handlichen Fritteuse Satrap Midi-Frit. Der Frittierkorb hat einen praktischen Klappgriff, das spart Platz beim Versorgen. Das stabile Anlaufgehäuse ist leicht zu putzen, dank der Antihaftbeschichtung. Und der Thermostat mit der Kontrolllampen garantiert Sicherheit. Satrap Midi-Frit gibt es jetzt bei GOP mit 2 Jahren Garantie. Und jetzt achten Sie bitte noch auf GOP-Aktionen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP statt 2,40 Euro nur 1,90 Euro. Nektarinen das Kilo nur 2,20 Euro. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei GOP gibt es jetzt Küchentücher aus 100% Baumwolle. Das Stück nur 1,95 Euro. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen bis ab mind. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020